Ich glaube, ich ist da jetzt nichts Neues zu sagen. Nachfrage? Ich hatte Sie mal so verstanden, solange der Fall Khashoggi nicht transparent aufgeklärt wurde, wird es keine Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien geben, in jeglicher Form. Gilt das weiterhin? Wir sind in intensiven Gesprächen. Da wird natürlich eine Gesamtbetrachtung angestellt. Und mehr kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Eine Entscheidung wird Ihnen dann sicherlich, wenn sie gefallen ist, auch bekannt gegeben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Und schön, dass es auch trotz geänderter Uhrzeit so viele Kollegen geschafft haben. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Corinna Buschow und ich sitze hier heute erstmals an dieser Stelle und freue mich auf dieses Mal und weitere Male. Und wir haben heute von dieser Seite nichts Aktives mitzuteilen. Daher beginnen wir direkt mit den Fragen. Und Frau Wolfskämpf hat ein Thema mitgebracht. Genau, die aktuelle Debatte zur Impfpflicht um die Masern. Da wüsste ich gern vom Gesundheitsministerium, wie sehen Sie die? Und gibt es da konkrete Vorhaben, etwas in der Hinsicht zu tun? Ja, vielen Dank für die Frage. Die steigende Zahl an Maserninfektionen in Deutschland, die macht uns tatsächlich große Sorgen. Die wird zu häufig auf die leichte Schulter genommen, obwohl diese Infektion böse verlaufen kann. Und von daher begrüßen wir die Debatte über mögliche Maßnahmen. Aktuell kann ich Ihnen aber, dass sich um laufende Gespräche handelt, noch nicht zu tatsächlichen Regelungsinhalten beziehungsweise Verfahrensdetails zu mitteilen. Kurze Nachfrage, Herr Spahn hatte sich ja schon früher auch für die Impfpflicht ausgesprochen. Ist davon auszugehen, dass der Gesundheitsminister weiterhin auch das so halten wird? Also, wie Sie wissen, haben wir in der vergangenen Legislaturperiode die Regelungen zum Infektionsschutz noch einmal deutlich nachgeschärft. Da ging es unter anderem halt eben um das Präventionsgesetz. Da haben wir eine verpflichtende Impfberatung für den Kita-Eintritt eingeführt. Und jetzt geht es halt eben darum, zu schauen, wie diese Maßnahmen tatsächlich greifen. Und das beobachten wir sehr, sehr aufmerksam. Und wie gesagt, es handelt sich um meine umlaufende Gespräche. Und ich kann da jetzt noch nichts zu konkreten Details oder Regelungsinhalten sagen. Gibt es weitere Fragen zum Thema Impfpflicht? Das sehe ich nicht. Dann hatte Herr Held ein anderes Thema mitgebracht. Zum Helden reicht es nicht ganz. Christian Feld, ADH-Studio. Eine Frage ans Verkehrsministerium zur neuen Kampagne zum Thema Helm. Für Radfahrer und Radfahrerinnen. Looks like shit, but saves my life. Da hat Ihr Haus wegen der Abbildung leicht bekleideter, weiblicher und männlicher Models den Vorwurf des Sexismus bekommen. Warum haben Sie diese Darstellungs- und Kampagnenformen gewählt? Und zum selben Thema ans Familienministerium. Frau Giffey hat ja im Netz ein Foto von sich auf dem Rat veröffentlicht und gepostet. Liebe Andreas Scheuer, mit Helm geht auch angezogen. Ich würde das Familienministerium dem Verkehrsministerium empfehlen, diese Kampagne zu stoppen, um solche Vorwürfe aus dem Weg zu räumen. So, dann würde ich zunächst einmal beginnen. Und zwar einmal generell zur Kampagne. Also es ist so, mit dieser Aktion, das ist eine gemeinsame Aktion vom BMVI und von dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, dem DFR, im Rahmen der Kampagne Runter vom Gas, soll insbesondere eine schwer erreichbare Zielgruppe angesprochen werden. Das ist die Zielgruppe der 17- bis 30-Jährigen, vor allem junge Frauen und Männer. Und in dieser Zielgruppe ist es besonders schwer, sozusagen die Leute dazu zu bewegen, Helme zu tragen. Die Quote der Helmtragenden beträgt in dieser Altersgruppe 8 Prozent aktuell. Und Umfragen zeigen, dass vor allem diese Zielgruppe um zum Beispiel ihr Aussehen fürchtet oder um die Frisur oder ähnliches. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser Kampagne vor allem die junge Zielgruppe auch erreichen, also vor allem die jungen Frauen auch ansprechen, dass wir sensibilisieren und auch für eine bessere Akzeptanz des Fahrradhelms beitragen. Grundsätzlich ist es so, dass wir mit Verkehrssicherheitskampagnen generell aufrütteln wollen, polarisieren wollen und damit auch Aufmerksamkeit schaffen wollen für die Aktionen, aber auch dafür, dass Menschenleben gerettet werden können, wenn man eben auf Sicherheit achtet. Es geht uns auch darum, neue Wege zu gehen und eben Aufmerksamkeit zu erzeugen, sodass eben auch die Botschaft bei der Zielgruppe ankommt, dass es eben auch zu Handlungen kommt, dass Handlungsempfehlungen auch übernommen werden. Generell ist es so, Sie haben ja auch nach der Kritik noch einmal gefragt, es ist so, dass wir die Kritik von verschiedenen Seiten absolut nachvollziehen können, aber es ist auch so, dass wir immer noch hinter den Motiven stehen. Wir stehen zu den Motiven, so wie wir sie gewählt haben, für diese Kampagne Runter vom Gas. Sie erzeugen Aufmerksamkeit und es können Leben gerettet werden und das ist für uns der wichtigste Punkt. Grundsätzlich, Sie hatten auch noch einmal erwähnt, dass es verschiedene andere Kritiken gab, unter anderem auch von anderen Ministerien. Es ist so, dass uns bekannt ist, dass es ein Foto gibt von Frau Giffey auf dem Fahrrad, beziehungsweise mit einem Fahrradhelm. Und wir freuen uns natürlich auch, dass die Bundesministerin an dieser Diskussion teilnimmt und einen Beitrag dazu liefert und jeder Beitrag, der in dieser Diskussion gebracht wird, sorgt für weitere Aufmerksamkeit und bringt die Kampagne dazu, weiter vorwärts zu kommen, beziehungsweise die Zielgruppe zu erreichen. Das ist unser hauptsächliches Ziel. Das Familienministerium. Also vielleicht möchte ich vorab einmal bekräftigen, dass wir es grundsätzlich sehr gut finden, dass es eine Kampagne gibt, die für das Tragen von Helmen wirbt und die dieses sehr wichtige Thema in den Mittelpunkt stellt. Es geht nicht um die Kampagne, sondern es geht um die Art der Kampagne. Die Ministerin hat sich am Freitag, da ist tatsächlich in einem öffentlich bei Facebook einsehbaren Post zu positioniert und sie hat dort ein Bild gepostet, auf dem sie zu sehen ist mit einem Fahrradhelm und einem Fahrrad vor dem Familienministerium und sie hat dazu geschrieben, lieber Andreas Scheuer, Doppelpunkt, mit Helm geht auch angezogen. Die Ministerin hat mit dieser Äußerung zum Ausdruck gebracht, dass sie die Kampagne des Bundesverkehrsministeriums kritisch sieht. Eine Nachfrage? Ja, kurze Nachfrage, Frau Friedrich. Können Sie einmal was zu den Kosten dieser Kampagne sagen und ab wann werden diese Plakate denn zu sehen sein? Also die Kosten für die Verkehrssicherheitsaktion betragen insgesamt rund 400.000 Euro und das haben wir auch bei uns auf die Webseite als Information gestellt. Damit gehen wir absolut transparent um. Es ist so, dass die Plakate, also Plakatmotive umfasst die Kampagne in erster Linie. Sie werden bundesweit ab morgen im öffentlichen Straßenraum als auch in den sozialen Medien zu sehen sein. Und grundsätzlich zu den Kosten kann ich noch einmal anfügen, dass wir sehr verantwortungsvoll mit den Kosten umgehen. Wir haben vergleichbare Kampagnen haben in der Vergangenheit vergleichbare Kosten bei weit weniger Reichweite erzeugt. Herr Jung. Ich würde gerne wissen, wer das im Haus abgesegnet hat. War das der Minister selbst oder hätte der das vielleicht verhindern können? Und Herr Seibert, wie bewerten Sie als Sprecher der Bundesregierung solch einer sexistischen Provokation? Ist das ein geeignetes Mittel für Werbung für PR der Bundesregierung? Also ich würde zunächst einmal beginnen. Die Kampagne als auch die Motive sind eine Idee, die aus vielen gemeinsamen Gesprächen zwischen dem Bundesministerium als auch der Agentur Fels & Friends entstanden sind. Und es ist eine Kampagne des Bundesverkehrsministeriums zusammen mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Wir stehen zu den Motiven. Es ist so, dass die Motive genau das Ziel erreichen. Sie sorgen für Aufmerksamkeit, sie führen zu einer Diskussion und sie sorgen dafür, dass eben Handlungsempfehlungen weitergetragen werden und genau zu der Zielgruppe, die wir auch erreichen wollen. Ja, Sicherheit im Verkehr, das haben Sie, glaube ich, jetzt gerade auch deutlich von beiden Kollegen gehört, ist der ganzen Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Und das heißt auch ganz konkret Sicherheit von Fahrradfahrern, denn die sind oft ein sicherheitstechnisch gesehen schwaches Glied im Verkehr. Die Zahl, die die Kollegin genannt hat, dass von den 17- bis 30-Jährigen nur 8 Prozent beim Fahrradfahren einen Helm tragen, muss einen schon nachdenklich machen, vielleicht auch besorgt. Also müssen wir immer wieder alle dazu beitragen, dass das Bewusstsein dafür zunimmt, wie wir am besten Unfälle ganz vermeiden können. Oder aber wenigstens, indem Helme getragen werden, die Folgen von Unfällen lindern. Wie dieses wichtige Sicherheitsanliegen dann in einer Kampagne umgesetzt wird, das ist geradezu klassisch eine Ressortaufgabe. Sie als Sprecherin der Bundesregierung, als Sprecherin der Kanzlerin, die ja auch eine Frau ist, möchten darauf jetzt nicht reagieren. Es geht ja hier um die sexistische Darstellung gerade von Frauen. Und Herr Audritsch, gibt es für Sie ein Thema als Ministerium, wo man halbnackte Frauen einsetzen darf in einer Kampagne? Also ich sehe in der Umsetzung solcher Kampagnen eine Ressortaufgabe und deswegen habe ich das gesagt, was ich zu sagen hatte. Also vielleicht beginne ich an der Stelle einmal mit einem Auszug aus dem Koalitionsvertrag als Grundlage, das auf Seite 25 zu lesen. Sexismus begegnet uns täglich und überall in Medien und Kultur, in der Werbung, am Arbeitsplatz und in der Politik. Sexismus würdigt Menschen aufgrund ihres Geschlechts herab. In einer offenen, modernen und gleichberechtigten Gesellschaft hat Sexismus keinen Platz. Wir wollen Sexismus bekämpfen, Maßnahmen dagegen entwickeln und erfolgreiche Projekte fortführen. Zu Ihrer konkreten Frage würde ich auf die Definition von Sexismus, mit der wir arbeiten, verweisen. Die lautet wie folgt. Sexistisch sind Werbemotive, die die Darstellung stark sexualisierter Frauen als reinen Blickfang ohne Produktbezug benutzen. Und ich würde das jetzt nicht auf einzelne Produkte runterbrechen wollen und nicht in einzelnen Beispielen ausdefinieren wollen. Aber das sind die Grundlagen, auf deren Basis wir arbeiten. Die Kollegin dort. Ja, fast nackte Frauen wurden in der Vergangenheit eigentlich immer in Werbekampagnen eingesetzt, wo es um Männer ging als Zielgruppe. Ich wundere mich jetzt ein bisschen. Diese Kampagnen sind in der Vergangenheit extrem in die Kritik geraten. Nicht nur durch MeToo oder Aufschrei, alles Mögliche. Sie sagten, Ihre Zielgruppe sind junge Frauen. Müssten Sie dann nicht konsequenterweise halbnackte junge Männer abbilden? Und konsequenterweise umfasst auch diese Kampagne Männer als Motive. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Das kann man bei uns auf der Webseite sehen, auch bei uns auf Twitter. Sie sind Teil der Kampagne. Und auch wenn es in erster Linie um junge Frauen geht, ist es doch so, dass wir auch junge Männer auch erreichen wollen. Herr Jessen. Ja, bei Betrachtung der Motive, man könnte auch auf den Gedanken kommen, es handele sich um eine Kampagne um Helmpflicht im Bett. Denn die leicht bekleideten Menschen tragen die Helme zum Teil im Bett. Worauf zielt das ab? Das ist das Erste. Das Zweite, Sie haben gesagt, es soll provozieren, Aufmerksamkeit erregen. Das tun diese Motive sicherlich. Was passiert, wenn Verkehrsteilnehmer, Autofahrer durch solche Motive abgelenkt, dann Radfahrer übermangeln? Sind das Kollateralschäden, die Sie billigend in Kauf nehmen? Das kann man bei solchen Motiven ja nicht ausschließen. Sie lenken eben auch ab. Und wenn ich noch darf als Drittes, wenn Sie sagen, es diene besonders zum Schutz von Radfahrern, wäre es dann nicht geboten, sich für den verpflichtenden Abbiegeassistenten einzusetzen? Denn die meisten Radfahrunfälle, Helm oder nicht, werden nun mal durch LKW verursacht. Also grundsätzlich einmal zu den Motiven der Kampagne. Es werden unterschiedliche Situationen abgebildet, nicht nur eine einzige. Und was die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr angeht, so ist jeder Verkehrsteilnehmer aufgerufen, natürlich vorausschauend und aufmerksam zu fahren. Und jede andere Sache kann einen Verkehrsteilnehmer auch ablenken. Es ist so, dass diese Motive in erster Linie Aufmerksamkeit erzeugen sollen. Und wir können jetzt nicht vorwegnehmen, in welcher Form jeder einzelne Verkehrsteilnehmer reagieren wird. Und wir gehen natürlich davon aus, dass jeder vorausschauend und natürlich auch verantwortungsvoll am Steuer eines Autos sitzt. Und das gilt natürlich auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer. Was den Abbiegeassistenten angeht, ist es so, dass das BMVI sich sehr dafür einsetzt, dass der Abbiegeassistent verpflichtend eingeführt wird. Wir sind hier allerdings sozusagen auf europäische Entscheidungen, sozusagen, wir hängen sozusagen davon ab, dass es verpflichtend eingeführt wird. Nichtsdestotrotz haben wir bereits eine Aktion, eine freiwillige Aktion eingeführt. Das ist die Aktion Abbiegeassistent. Und wir haben auch ein Förderprogramm, um eben zu befördern, dass eben Abbiegeassistenzsysteme eingebaut werden bei LKW. Es ist so, dass wir uns sehr dafür einsetzen. Erst letzte Woche wurde die erste allgemeine Betriebserlaubnis übergeben, sodass auch die technischen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Also dort wird sehr viel auf deutscher Seite gemacht, um eben den europäischen Entscheidungen vorauszukommen, dass man hier schon einmal sozusagen die Möglichkeit gibt, auch die Verkehrssicherheit über Abbiegeassistenzsysteme zu gewährleisten. Darüber hinaus setzen wir uns natürlich auch auf europäischer Ebene dafür ein, dass hier sehr viel vorangebracht wird. Nichtsdestotrotz geht es auf europäischer Ebene eben nicht so schnell, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber deshalb setzen wir auch auf irgendeine Maßnahme im Moment. Gibt es weitere Fragen zu Herr Jessen? Noch einmal. Aber da stecken Sie doch im Zielkonflikt mit der Kampagne. Wenn Sie zum einen sagen, wir gehen davon aus, jeder Verkehrsteilnehmer, weil er auch die Pflicht dazu hat, muss sich auf den Verkehr konzentrieren, vorausschauend fahren. Und dann setzen Sie aber Motive in sein Blickfeld. Und das tun Sie mit dieser Kampagne, die darauf abzielen, die Aufmerksamkeit genau von der Verkehrssituation abzulenken. Das ist die objektive Funktion, die Sie vorher beschrieben haben. Wie gehen Sie mit diesem Zielkonflikt um? Aber das ist jetzt Ihre Meinung. Oh, sorry. Aber das ist jetzt Ihre Position, die Sie wiedergeben, dass es dadurch auf jeden Fall eine Ablenkung geben wird. Ich sehe hier keinen allgemeinen Zielkonflikt. Das können wir wahrscheinlich nicht zu Ende ausdiskutieren. Weitere Fragen zum Thema Helme retten Leben. Dort hinten der Kollege. Ist das das Richtige? Das vor Ihnen, bitte. Das ist okay. Sorry, das ist okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir es. Danke. Zum Thema, ja. Ich wollte gerne fragen, ob es denn auch irgendwelche Kampagnen gibt für ältere Menschen dann gerade, was jetzt die Helmpflicht betrifft. Weil die zielt ja jetzt, wie Sie gesagt haben, gerade jüngere Menschen an. Danke. Also in erster Linie ist natürlich das Ziel der Kampagne, jüngere Menschen anzusprechen. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch zahlreiche Reaktionen schon von älteren Leuten auf dieses Thema bekommen. Gerade auch bei Twitter, gerade im Umfeld von Mitarbeitern vom BMVI. Es ist so, dass sich der eine oder andere gerade auch deshalb aufgrund der jungen Zielgruppe dafür entscheidet, einen Helm eben zu tragen. Gerade weil er sich angesprochen fühlt über eben Töchter, Söhne, über Enkel, über Verwandte. Diese Kampagne, wie ich es gerade gesagt habe, hat auch bereits am Wochenende schon zu einer sehr regen Diskussion in den sozialen Medien geführt. Es gab sehr viel Berichterstattung dazu. Also das heißt, das ist ein Thema, was nicht nur die jüngere Zielgruppe betrifft und auch zu Diskussionen anregt, sondern auch gerade die ältere Zielgruppe bringt sich hier sehr entscheidend mit ein. Weitere Fragen zur Kampagne sehe ich nicht. Dann hat Herr Warwick ein weiteres Thema. Warwick RT. Gestern jährte sich zum 20. Mal der NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Bundesaußenminister Heiko Maas nannte die deutsche Beteiligung daran Ausfluss verantwortungsbewussten Handelns. Jetzt erfolgte dieser Angriffskrieg ja ohne UN-Mandat, ergo völkerrechtswidrig und die dafür vorgelegten Begründungen, exemplarisch sei auf den Hufeisenplan von Schafing verwiesen, haben sich im Nachhinein als falsch oder als reine Propagandalüge erwiesen. Auf welche konkreten Fakten stützt sich der Minister in seiner Aussage des verantwortungsbewussten Handelns Deutschlands? Also ich kann dazu gerne was sagen, dass Sie das Wort Propagandalüge in den Mund nehmen, finde ich fast schon ein bisschen witzig. Zu unserer Rechtsposition 20 Jahre nach den Vorfällen im ehemaligen Jugoslawien hat sich nichts geändert. Die von Ihnen vorgebrachte Position teile ich hier ausdrücklich nicht. Und sonst verweise ich auf das Zitat des Ministers vom Wochenende. Nachfrage? Eine Nachfrage. Der Minister hat ja den eher unüblichen Ausdruck Ausfluss genutzt, der im Deutschen ja auch eher negativer Assoziation hervorruft. Ist das in irgendeiner Form als eine subtile Kritik an seinem Amtsvorgänger Joschka Fischer zu verstehen? Ihre Interpretation teile ich nicht. Gibt es weitere Fragen? Herr Jung? Also das ist ja wirklich ein bedeutendes Datum. Der damalige Kanzler Schröder hat ja im Nachhinein gesagt, dass das tatsächlich ein völkerrechtswidriger Angriff war. Wie bewertet denn die Kanzlerin und die Bundesregierung heute den NATO-Angriff? War es ein Fehler? Ich sehe keinen Grund, in der Bundespressekonferenz zeitgeschichtliche Seminare zu machen. Der Bundesaußenminister hat sich geäußert, für die Bundesregierung natürlich. Sein Sprecher hat das gerade noch einmal bekräftigt. Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Herr Warwick noch einmal. Ja, aber es ist ja verständlich, dass es Fragen aufwirft, wenn der Außenminister von verantwortungsbewusstem Handeln spricht im Kontext von einem völkerrechtswidrigen Krieg durch Selbstmandatierung der NATO. Das sollten Sie auch den Journalisten einräumen, dass Sie da kritisch nachfragen. Des Weiteren haben Sie jetzt negiert, dass es Propagandalügen gab. Der von Scharping propagierte Hufeisenplan ist nachweislich, gab es ihn in der Form nicht. Auch der Internationalen Strafgerichtshof hat ihn als nicht beweisfest abgewiesen. Wie verhält sich denn die Bundesregierung beispielsweise zum Hufeisenplan? Also, Herr Warwick, es ist nett, dass Sie es noch einmal versuchen. Wir haben uns zu all diesen Fragen schon umfänglich geäußert. Herr Seibert hat es gerade noch einmal betont, wir sind nicht hier, um zeitgeschichtliche Analysen zu betreiben. Und im Übrigen möchte ich all die Wertungen, die Sie in Ihrer Frage eingemengt haben, und wie man die nennt, Sie nennen das Propagandalügen. Ich möchte Ihre Aussagen nicht bewerten. Jedenfalls machen wir uns die ausdrücklich nicht zu eigen. Herr Jessen? Ja, wenn ich eine persönliche Vorbemerkung machen darf, ich glaube, ich war einer von ungefähr fünf Journalisten, die auf der Harthöhe dabei waren, als Minister Scharping die deutsche Einsatzteilnahme verkündet und begründet hat. Und das war schon eine sehr angespannte Situation, having said this. Wie ist die Situation da ja nachträglich, sowohl vom Außenminister als auch vom Kanzler gesagt wurde, ja, es gab kein Mandat der Vereinten Nationen. Und welche Regularien, wenn man so will, welche Lehren hat die Bundesregierung gezogen, um eine solche Situation möglichst zu vermeiden, dass man sich an Angriffen beteiligt, die völkerrechtlich nicht legitimiert sind? Also sozusagen nicht Geschichtsbetrachtung rückwärts, sondern was folgte, was folgt daraus für politische Entscheidungen der Gegenwart? Können Sie dazu was sagen? Ja, also ich möchte nochmal betonen, weil das hier wieder überall reinschleicht in jede Frage, wir sind der Meinung, der Einsatz der Bundeswehr erfolgt in Beeinstimmung mit verfassungs- und völkerrechtlichen Vorgaben für die Einsätze der Bundeswehr. Das ist unsere Rechtsauffassung. Und daran ändern auch Zeitungsinterviews nichts für Leute, die nicht mehr für die Bundesregierung sprechen. Und zu Ihrer Frage, natürlich ist für uns Gewalt immer Ultima Ratio. Selbstverständlich, das erkennen Sie doch in allen Politikfeldern der Bundesregierung. Und für uns steht Krisenprävention im Vordergrund. Und die Lösung nach politischen Lösungen. Und Sie wissen, diese Entscheidung ist damals nicht leicht gefallen worden. Es war eine schwierige Entscheidung. Die Rechtsdiskussion zu humanitären Interventionen müssen wir ja auch nicht wieder aufmachen, denke ich. Aber, Herr Essen, Sie haben insofern recht. Natürlich versuchen wir als Bundesregierung alles, um Gewalt, den Einsatz von Gewalt zu verhindern. Wenn es keine weiteren Fragen dazu gibt, gibt der Kollege in der geschätzt sechsten Reihe eine nächste. Die Frage an das BMI. BAMF-Chef Sommer hat gesagt, wer vor Abschiebungen warnt, solle strafrechtlich verfolgt werden. Flüchtlingshelfer protestieren dagegen, fühlen sich kriminalisiert. Was sagt Herr Seehofer zu dieser Kritik? Nun, das Interview wurde ja mit dem Präsidenten Sommer geführt. Und dessen Aussagen möchten wir hier an dieser Stelle, wie weder im Besonderen noch im Allgemeinen, irgendwie bewerten. Nachfrage, weil es gehört ja an seine Ressortzuständigkeit. Deshalb einfach die Frage, wie bewertet er diese Kritik? Wie bewerten wir konkret was? Die Kritik an Herrn Sommer, dass Flüchtlingshelfer dadurch kriminalisiert werden. Nun, das geordnete Rückkehrgesetz sieht ja vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Kund, die Verkündung von Abschiebeterminen unter Gestrafe gestellt werden soll. Und dieser Gesetzentwurf, der derzeit in der Ressortabstimmung ist, ist Ausdruck des Willens des Bundesinnenministers. Dazu keine weiteren Fragen. Dann hat die nächste Frage die Kollegin hinten rechts. Auch eine Frage an das BMI. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hält es ja für nicht zulässig, dass die Bodycam-Daten von Polizisten auf Amazon-Servern oder in den USA gespeichert werden und sagt, das müsse in Deutschland passieren. Wäre das denn Ihrer Auffassung nach möglich? Und falls nicht, dürfen die Bodycams dann so überhaupt weiterverwendet werden? Die Bodycams bzw. deren Speicherung entsprechen deuten Datenschutzstandards, die eingehalten werden. Außerdem wird auf deutschen Servern in Deutschland nach deutschem Recht und deutschem Gerichtsstand gespeichert, sodass wir diese Rechtswidrigkeit nicht erkennen können. Außerdem ist die Speicherung in dieser Cloud vom BSI zertifiziert. Derzeit, das ist eine Übergangsregelung, das haben wir immer gesagt, derzeit wird geprüft, ob es noch andere Möglichkeiten gibt der Speicherung, zum Beispiel auf der Bundescloud. Nur so weit sind wir noch nicht. Und der Einsatz der Firma Motorola, die auch kombiniert sind mit den Funkgeräten, die die Bundespolizei benutzt, ist im Augenblick nur speicherbar auf dieser Amazon Cloud und die Architektur ist nur nutzbar auf dieser Amazon Cloud. Frau Petermann, wie geht denn das Haus mit der Forderung Ihres Bundesdatenschutzbeauftragten um? Der sagt ja sofort, aufhören wir mit bzw. einen anderen Anbieter finden. Es wurde bewertet und wir sind zu dieser Lösung gekommen. Das heißt, Sie widersprechen Ihrem Datenschutzbeauftragten in dem Punkt oder suchen Sie jetzt eine gemeinsame Lösung? Die Entscheidung ist ja schon getroffen. Wenn es keine weiteren Fragen dazu gibt, hat Herr Jung auch ein neues Thema? Herr Sabert, gibt es eine Reaktion von Regierungsseite zu den Ergebnissen des Reports von Robert Müller, der gestern erschienen ist in den USA? Nein, das ist eine Sache der amerikanischen Innenpolitik, wird dort ausgiebig diskutiert und bedarf jetzt keines Kommentars von der deutschen Bundesregierung. Es war ja nicht nur Innenpolitik, es ging ja quasi um potenzielle russische Einflussnahme auf den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Also hat ja auch was mit Außenpolitik zu tun, war drei Jahre ein großes Thema in der Weltpolitik. Aber es bleibt bei meiner Aussage, Herr Bräuel. Dazu stehe ich auch. Dann habe ich auf meiner Liste erneut Herrn Jung mit einem noch anderen Thema. Herr Sabert, Frau Krüger, es gab am Wochenende gegen die Urheberrechtsreform der EU große Demonstrationen deutschlandweit. Über 100.000 Menschen haben demonstriert. Wie bewertet die Bundesregierung die Demos? Ja, ganz grundsätzlich haben diese Menschen ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit, auf freie Meinungsäußerung genutzt. Das ist ein demokratischer Vorgang. Und insgesamt möchten wir, dass eine sachdienliche und sachorientierte Debatte über dieses wichtige Thema geführt wird. Das hat ja leider auch Drohungen gegen Protagonisten der Debatte gegeben. Das möchte ich im Namen der Bundesregierung ausdrücklich verurteilen. Eine sachliche Auseinandersetzung über dieses wichtige politische Thema ist ein demokratischer Vorgang. Wir haben uns als Bundesregierung gemeinsam da eingebracht in einem europäischen Kompromiss. Jetzt steht noch die Entscheidung des Europäischen Parlaments aus. Und die Erwartung der Bundesregierung ist, dass auch das Europäische Parlament diesem Kompromiss zustimmt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es gab am Wochenende von konservativer Seite auch Meldungen und Tweets über, also das waren Verschwörungstheorien, dass die Demonstranten gekauft seien von amerikanischen Konzernen. Hat die Bundesregierung darüber Erkenntnis, Herr Salbert? Ich habe ja meine Einschätzung der Demonstrationen gerade gegeben für die Bundesregierung. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Herr Feld. Herr Salbert, die Justizministerin hat am Wochenende gesagt, dass sie sich wünscht, dass die Richtlinie in der vorliegenden Fassung in Straßburg keine Mehrheit bekommt. Und das ist ja der Text, den die Justizministerin für die gesamte Bundesregierung, dem sie zugestimmt hat. Wie bewerten Sie das? Ja, es ist so, wie ich es gesagt habe. Die Bundesregierung als Ganzes hat der Richtlinie, hat der Urheberrichtslinie im Rat am 20. Februar im Rahmen eines europäischen Kompromisses geschlossen. zugestimmt. Auf Betreiben der Bundesregierung sind viele Verbesserungen in diesen Kompromiss eingeflossen. Die Künstlerverträge, das Leistungsschutzrecht, Text- und Datamining, die Beschwerdearchitektur, die da eingeführt wird, die es vorher so nicht gab. Und ein paar andere Beispiele. Das Justizministerium hat den Kompromiss federführend mit ausgehandelt und ihm am Ende zugestimmt. Nachfrage? Ja, aber trotzdem hat ja die Justizministerin am Wochenende genau diesen Text, den Sie eben ja nochmal gekennzeichnet haben, hat sie gesagt, der Text sollte besser nicht eine Mehrheit bekommen in Straßburg. Gut, ich habe vorhin für die Bundesregierung die Erwartungen an das Europäische Parlament ausgedrückt. Wir werden nun sehen, wie die Abstimmung dort ausgeht. Insgesamt ist es gut, dass jetzt eben auch zunehmend über die Umsetzung des Kompromisses, wenn er denn im EP beschlossen wird, nachgedacht wird. Und darüber, wie man Befürchtungen und Sorgen, wie sie die Demonstranten zum Beispiel am Wochenende auch gezeigt haben, in dieser Umsetzung aufnehmen kann. Und da gibt es ja auch schon Vorschläge. Gibt es dazu weitere Fragen? Dann hat Herr Warwick ein anderes Thema. Der Billigflieger Wine Air hat sowohl in Italien wie auch in Deutschland illegal Kabinenpersonal beschäftigt. In Italien gab es dafür jetzt eine Millionenstrafe. In Deutschland haben deutsche Behörden dabei geholfen, dieses Modell zu legalisieren, ohne weitere rechtliche Konsequenzen für Wine Air. Was war die Motivation des Arbeitsministeriums, diese Praxis zu legalisieren und ohne jegliche rechtliche Konsequenzen für den Anbieter? Also ich widerspreche der Aussage, dass wir das einfach ein illegales System damit legalisiert hätten. Was richtig ist, dass die Regionaldirektion Düsseldorf, der Bundesagentur für Arbeit, die Entscheidung getroffen hat, Ryan Air ein Leiharbeitsverhältnis zuzugestehen auf Basis deutschen Rechts, und zwar für die Dauer von einem Jahr. Diese Entscheidung wurde getroffen für die Zukunft und sollte sich innerhalb dieser Zeit Ryan Air nicht an die deutschen Regelungen halten, wird entsprechend auch möglich sein, dass dieser Vertrag gekündigt wird von unsererseits, also dass das Recht entzogen wird. Und insofern sehen wir uns nicht da in irgendeiner Weise dabei, ein illegales System zu unterstützen. Eine Nachfrage? Eine Frage, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Ich zitiere, hatte im Oktober noch verlauten lassen, wer Ausbeutung missbraucht, wie das bei Wine Air der Fall ist, muss unseren entschiedenen Widerstand erfahren. Können Sie mal darlegen, wo in dieser Regelung der entschiedene Widerstand des Arbeitsministeriums gegenüber der illegalen Praxis von Wine Air liegt? Unter anderem darin, dass jetzt dafür gesorgt wird, dass nach deutschem Recht Leiharbeiter hier arbeiten werden. Also indem man dafür sorgt, dass es nach deutschem Recht funktioniert. Gibt es so eine Frage? Aber ein Herr, haben Sie nicht beantwortet, wieso hat sich die Bundesregierung, hat sich das Arbeitsministerium gegen den italienischen Weg entschieden und keine Vertragsstrafe gegenüber Wine Air erhoben? Jedes Land hat andere Gesetze und bei uns war nicht vorgesehen, dass aufgrund des Verhaltens jetzt in dem Moment eine Vertragsstrafe verhängt wird. Weitere fragen sich dazu nicht. Dann hat Frau Wolfskämpf ein neues Thema. Zur geplanten steuerlichen Forschungsförderung. Da gibt es ja einen Vorschlag von Bundesfinanzminister Scholz, 5 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre. Ich wollte fragen, gibt es da mittlerweile einen gemeinsamen Standpunkt auch zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium? Es gab ja auch das Ziel, das nicht nur auf vier Jahre zu begrenzen. Und die Frage, ist das nun für kleinere Unternehmen nur gedacht oder soll das für alle offen sein? Da hätte ich gerne mal den aktuellen Stand vom Finanz- und vom Wirtschaftsministerium. Ich würde für das Finanzministerium anfangen und auf den Eckwertebeschluss von vergangener Woche verweisen und auf die Pressekonferenz, die Finanzminister Scholz hier umfangreich bestritten hat. Und da wurde gesagt, was dazu zu sagen ist. Und sonst vielleicht hat das Forschungsressort eine eigene Einschätzung dazu. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt dem noch nichts hinzufügen. Können Sie vielleicht noch mal kurz erläutern, wie es aussieht, ob es für länger geplant ist oder ob es für kleinere, größere Unternehmen gedacht ist? Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie sich beziehen. Das sind vielleicht unterschiedliche Ansätze, die Sie haben. Die Eckwerte und die Finanzplanung gehen ja immer nur einen gewissen Zeitraum, also bis 2023. Vielleicht nehmen Sie aber auch Bezug auf die Initiative, die im Koalitionsvertrag hinterlegt ist, dass die steuerliche Forschungsentwicklungsförderung, das ist noch mal ein anderer Ansatz. Sicherlich fließen da auch Mittel für die KI rein. Wie genau das erfolgt, wird aber derzeit noch geprüft. Ich meinte auch, es geht um diese Anregung der EFI-Expertenkommission, dass diese steuerliche Forschungsförderung nur für kleine Unternehmen bis 250 Mitarbeiter stattfinden soll. Herr Altmaier sprach dann von bis zu 3000 Mitarbeitern. Und Herr Scholz, da hieß es, dass das unbegrenzt sein soll. Tatsächlich beziehen Sie sich auf das Gesetzesvorhaben zur steuerlichen Forschungs- und Entwicklungsförderung. Jetzt muss ich gerade zu Druck kommen. Dazu kann ich Ihnen sagen, wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an einem Gesetzesentwurf. Und wie der genau aussehen wird, zu den Details kann ich Ihnen derzeit noch nichts sagen. Laufen da noch Abstimmungen sozusagen, auch zwischen den anderen Ressorts? Laufen Abstimmungen und wie der Zeitplan aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen. Auch dazu keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Jung noch ein Thema. Herr Breuer, die rumänische Ministerpräsidentin hat am Wochenende angekündigt, dass die rumänische Botschaft nach Jerusalem verlegt werden würde. Damit wäre man das erste EU-Land, das das täte. Wie bewerten Sie die Ankündigung? Es hat sich ja nicht nur die rumänische Ministerpräsidentin geäußert, sondern auch der rumänische Präsident, der eine etwas andere Auffassung hat. Von daher möchte ich mich zu dieser innerrumänischen Debatte zu diesem Zeitpunkt nicht äußern. Unsere Position zum Status von Jerusalem haben wir hier wiederholt vorgetragen. Und es ist auch eine gemeinsame EU-Position und die steht für uns. Keine weiteren Fragen dazu. Dann ist die Kollegin hinter Herrn Feld nochmal mit einem anderen Thema dran. Ja, auch ans AA. Der Bundestagsabgeordnete Sigmar Gabriel fährt ja für mehrere Tage nach Nordkorea in dieser Woche. Die Frage wäre, hat er die Reise vorher mit Ihnen abgesprochen? Und halten Sie solche Reisen einzelner Bundestagsabgeordneter für hilfreich mit Blick auf die Beziehungen zu Nordkorea? Ja, also in der Tat, Herr Gabriel reist nach Nordkorea, allerdings nicht im Auftrag der Bundesregierung. Und das Büro von MdB Gabriel hat uns mitgeteilt, dass es sich um eine Privatreise handelt. Privatreisen von Abgeordneten werden generell nicht von der Botschaft vor Ort organisiert. Auch für vor Ort anfallende Kosten, wie zum Beispiel Transport, werden bei Privatreisen nicht von der Botschaft übernommen. Wir haben keine Angaben über das konkrete Programm von Herrn Gabriel. Wir haben jedoch dem Beruf von Herrn Gabriel die Reise und Sicherheitshinweise für Nordkorea übermittelt. Eine Nachfrage. Bewerten Sie diese Reise in irgendeiner Weise? Ist das hilfreich oder wenig hilfreich für die diplomatischen Beziehungen? Naja, also ich habe ja gerade schon gesagt, es handelt sich um eine Privatreise. Also keine Reise, mit der wir politische Botschaften überbringen wollen oder politische Erwartungen wecken oder sie auch haben. Von daher möchte ich das gar nicht bewerten. Gibt es Fragen dazu? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Da hinten, ich hoffe, ich treffe jetzt das richtige Mikro. Nee, ihr seid gar nicht dran. Ist das das richtige Mikro? Ja, genau. Ich habe eine Frage vielleicht ans Außenministerium oder an den Regierungssprecher. Zu der Absichtserklärung von Italien mit China zur Teilnahme an der Neuen Seidenstraße. Da hat sich der Außenminister ja gestern, glaube ich schon, Herr Trütter, zugeäußert. Ob Sie das vielleicht nochmal elaborieren können, wie da die Haltung der Regierung ist? Wollen Sie anfangen? Ja, das kann ich gerne tun. China ist für uns ein wichtiger Handelspartner. Wir wollen gute Beziehungen zu China. Das ist, denke ich, auch beim Europäischen Rat deutlich geworden Ende letzter Woche. Für uns ist es wichtig, dass die EU geschlossen agiert. Gerade wenn die EU mit einer Stimme spricht, wird es möglich sein, unsere Interessen und Werte gegenüber China auch effektiv zu vertreten. Die Belt and Road Initiative gehört zu den wichtigsten außen- und sicherheits- und außenwirtschaftlichen Projekten der politischen Führung. Sie greift den bestehenden Infrastrukturbedarf weltweit auf, im Übrigen ähnlich zu der Konnektivitätsstrategie der EU. Da gibt es durchaus Überschneidungen. Unsere Haltung zu dem Projekt ist unverändert. Sorge besteht zu möglichen wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeiten, dem Abweichen von international anerkannten Regeln und Standards und einem Mangel an Nachhaltigkeit. Ja, ich kann eigentlich auch nur hinzufügen, dass diese Seidenstraßeninitiative oder One Belt, One Road, wie die Chinesen das nennen, natürlich ein großes strategisches Vorhaben Chinas ist. Die Bundeskanzlerin hat am Freitag in Brüssel in ihrer Pressekonferenz auch darüber gesprochen, dass der italienische Ministerpräsident seinen Kollegen Informationen über das MOU, das Italien mit China abschließt, dargelegt hat. Und sie hat schon gesagt, soweit er das dargestellt hat, habe ich daran jetzt auch erst einmal nichts zu kritisieren. Das waren ihre Worte. Aber wir haben natürlich schon darüber gesprochen, dass es noch besser ist, wenn man sozusagen einheitlich agiert. Wir haben zu einigen Aspekten, auch zu einigen Merkmalen dieser Initiative auch kritische Anmerkungen. Das ist auch den Chinesen bekannt. Aber da, wo unseren Anmerkungen Rechnung getragen wird, da sind wir in einzelnen Projekten auch zur Teilnahme bereit. Also auch wir haben mit der Seidenstraßeninitiative zu tun, selbst wenn wir ein solches Memorandum nicht unterzeichnet haben. Der Bundeswirtschaftsminister wird im April am nächsten Belt and Road Gipfel nach China in China teilnehmen. Und auch die anderen EU-Mitgliedstaaten werden dort vertreten sein. Herr Warwick dazu. Herr Maas hat ja relativ explizit die italienische Seite kritisiert und vor cleveren Geschäften mit den Chinesen gewarnt. Jetzt ist die chinesische Delegation unter Xi in Frankreich. Es gibt bilaterale Verträge zu Luftfahrt, Raumfahrt, Nuklearbereich und auch die Planung eines französisch-chinesischen Satellitenprogramms. Und sonst wird Herr Maas ebenfalls die französische Seite vor cleveren Geschäften mit China warnen. Herr Warwick, wie immer bei Ihren Fragen möchte ich voranstellen, dass ich mir die Wertung der Frage zugrunde nicht zu eigen mache. Die Worte von Herrn Maas stehen für sich. Ich habe sie gerade eben auch in anderen Worten, diese Position nochmal unterstrichen. Wir sind der Auffassung, dass wir als Europäer unsere Interessen und Werten dann durchsetzen können, wenn wir dies gemeinsam tun. Damit bewerte ich nicht einzelne Projekte, einzelne Maßnahmen, sondern unterstreiche das, was uns unter dem Strich wichtig ist, nämlich dass wir als Europäer geschlossen auftreten und dann auch entsprechend effektiv sind. Der Außenminister zitiert mit seiner Warnung vor cleveren Geschäften und gefragt, ob er dieselbe Warnung gegenüber den französischen Partnern wiederholen wird. Darauf können Sie mir gerne eine Antwort geben, ja oder nein. Ich will mich auf dieses Spiel mit Ihnen ehrlich gesagt gar nicht einlassen. Sie haben dem Außenminister Worte oder eine Wertung in den Mund gelegt, die er so nicht vorgenommen hat. Er hat in allgemeiner Form davor gewarnt, zu meinen, dass wir als Einzelstaaten gegen China genauso effektiv sind, wie wir gemeinsam sind. Und das ist unsere Position. Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jung. Frau Petermann, ich hatte vorletzten Freitag schon Sie gebeten, uns die aktuellen Gefährderzahlen zu nennen. Islamisten, Rechtsextremismus, Linksextremismus, die wollten Sie uns nachrechnen? Haben wir jetzt nach neun Tagen immer noch nicht bekommen. Ich habe Sie nicht dabei. Ich bitte um Nachsicht, wird Sie nachliefern. Ist untergegangen. Wenn ich es kann. Danke. Dann freuen wir uns auf die Nachlieferung. Dann hat Herr Warwick auch noch mal ein neues Thema. Ist das richtig? Noch eine Verständnisfrage an Herrn Seibert. Der Terminus Staatsfunk wird ja in Deutschland meist als Kampfbegriff in diffamierender, polemischer Weise gegen ARD und auch ihren ehemaligen Arbeitgeber verwandt. Wie bewertet denn die Bundesregierung die Begrifflichkeit des Staatsfunks? Also auf das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem in Deutschland trifft er jedenfalls mit Sicherheit nicht zu. Aber ich habe ja nach einer Bewertung gefragt. Wie bewerten Sie denn den Begriff? Ich würde diesen Begriff im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen System der Bundesrepublik Deutschland nicht benutzen. Können Sie da noch darlegen? Sie haben jetzt am letzten Montag den Begriff Staatsfunk selbst angewandt, den einsteuerfinanzierten Nachrichtenkanal. Könnten Sie vielleicht noch mal darlegen, ab wann ist Staatsfunk populistisch vermieden? Ich denke, es ist überhaupt gar keinen Sinn, jetzt den kurzen Austausch vom Freitag hier oder Mittwoch, weiß ich gar nicht mehr, hier fortzusetzen. Ich glaube auch nicht, dass das mit der Politik der Bundesregierung, die ja hier im Mittelpunkt steht, zu tun hat. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Nein, das ist das Richtige. Herr Seibert, die Bundeskanzlerin hat sich ja in letzter Zeit mehrfach geäußert zum Thema europäische Lösungen für den Rüstungsexport. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Signale aus den Koalitionsfraktionen, also aus der Bundesregierung anschaut in den vergangenen Tagen, hemmen Sie dann Verständnis dafür, dass die Partner verwirrt sind? Und wann können die europäischen Partner mit einer klaren Position der Bundesregierung in dieser Frage rechnen? Da greife ich auf das zurück, was ich in der vergangenen Woche auf ähnliche Fragen gesagt habe. Wir haben uns hier mehrfach geäußert über den beabsichtigten Zeitplan und es bleibt dabei, die Bundesregierung ist in intensiven Gesprächen darüber und will bis Ende dieses Monats zu Entscheidungen kommen. Keine Nachfragen dazu, Herr Jung? Also welche Rolle spielt die Aufklärung im Fall Khashoggi in dem Fall? Also bei der Frage? Also ich werde Sie jetzt nicht in diese intensiven Gespräche hineinnehmen, die gerade geführt werden. Wir haben zum Fall Khashoggi hier ja wochenlang ausführlich uns ausgetauscht und deswegen, glaube ich, ist da jetzt nichts Neues zu sagen. Nachfrage? Ich hatte Sie mal so verstanden, solange der Fall Khashoggi nicht transparent aufgeklärt wurde, wird es keine Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien geben, in jeglicher Form. Gilt das weiterhin? Wir sind in intensiven Gesprächen, da wird natürlich eine Gesamtbetrachtung angestellt und mehr kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Eine Entscheidung wird Ihnen dann sicherlich, wenn sie gefallen ist, auch bekannt gegeben. Gibt es Fragen zu diesem Thema? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Der Kollege hinter Herrn Warwick. Ich hätte eine Frage zum Thema Golanhöhen. Da hat ja der amerikanische Präsident Donald Trump getweetet, dass es Zeit wäre, die israelische Souveränität über die syrischen Golanhöhen anzuerkennen. Das Auswärtige Amt hat dazu Position genommen und hat gemeint, dass die deutsche Position und die EU-Position zu den Golanhöhen unverändert ist. Meine Frage dazu ist, sollte es tatsächlich zu dieser Anerkennung durch die USA kommen, würde die deutsche Regierung zusammen mit der EU auch entsprechende Sanktionen gegen die USA in Betracht ziehen? Ja, also die Frage ist jetzt erstmal sehr hypothetisch. Ich glaube, wir haben am Freitag sehr eindeutig hier Position bezogen und da habe ich jetzt heute keinen aktuellen Stand zu dem, was sich am Freitag und Frau Dämmer vor allem auch am Freitag gesagt hat. Keine Nachfragen dazu. Gibt es Fragen zu weiteren Themen? Nochmal Herr Warwick. Herr Maas war ja recht interviewfreudig. Am Wochenende in der Welt erschienen ein Interview, wo auch zum Themenkomplex Venezuela gefragt wurde. Und dort hat er gesagt, ich zitiere, Maduro verweigert in einer dramatischen Notlage dem venezolanischen Volk jegliche Hilfe von außen. Das finde ich infam. Jetzt ist die Faktenlage ja so, dass sowohl die UN-Hilfslieferung als auch die vom Roten Kreuz, als auch die von Kuba, China, Russland und auch der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation problemlos ins Land kommen. Wie kommt der Außenminister zu dieser Aussage, dass die Regierung unter Maduro jegliche Hilfe von außen verweigert? Die Worte des Außenministers stehen für sich und ich sehe, Sie haben sie gelesen. Ist das ernsthaft Ihre Antwort auf eine journalistische Frage? Nein, das war keine journalistische Frage. Doch natürlich, der Außenminister sagt, Maduro verweigert jegliche Hilfe und außer einem Hilfskonvoi, von Boy, einem US-gesponserten Hilfskonvoi, werden alle anderen Hilfskonvoi ins Land gelassen. Diesen Widerspruch muss sich ja der Außenminister um mich stellen. Sie haben Ihre Position und Ihre Lesart der Dinge vorgetragen, die ich hier nicht teile. Und auf Ihre Frage habe ich geantwortet. Das heißt, Sie sagen, es werden keine Diskussionsveranstaltungen? Wir machen keine Diskussionsveranstaltungen, Herr Warwick. Tut mir leid, wenn niemand anders zu dem Thema fragt, würde ich zu diesem, Herr Jung hat dazu eine Frage. Ja, Herr Breul, das müssen Sie jetzt schon beantworten. Also sind der Bundesregierung keine Hilfslieferungen anderer Staaten in Venezuela bekannt? Fakt ist, Herr Jung, und dazu haben wir wiederholt Stellung genommen, das Regime Matovo verhindert Hilfslieferungen. Das haben Sie alle live mitverfolgen können, als sich das Militär an der Brücke in Cucuta den Lieferungen in den Weg gestellt hat. Und auch in anderer Form verhindert das Regime, dass den Menschen in der Not geholfen wird und spielt mit dem Schicksal der Menschen. Darauf hat der Außenminister hingewiesen und das hat er vollkommen zu Recht getan. Und es ist an dem Regime Maduro daran etwas zu ändern. Und das können wir bisher nicht erkennen, dass Sie dazu bereit sind. Ja, aber die Frage ist ja, wenn er suggeriert, dass es gar keine Hilfslieferungen nach Venezuela schaffen, dann ist das ja auch laut Ihnen. Ich habe dazu gesagt, was ich dazu zeige. Der Kollege dort hinten nochmal. Darf man das dann insofern verstehen, dass die Bundesregierung diese Hilfslieferungen, die er war, angesprochen hat, nicht als Hilfslieferungen dementsprechend dann definiert, dass das irgendwas anderes dann sein sollte? Ich habe dazu nichts insofern zu sagen. Ich sehe zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Gibt es weitere Themen? Sehe ich auch nicht. Dann beenden wir diese Pressekonferenz. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.